Ortsvereine der SPD aufgepasst! Wir suchen zusammen mit euch den ersten Gewinner des SPD-Basispreises. Noch in diesem Monat könnt ihr bei uns einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete vorschlagen, die eurer Meinung nach diesen Preis besonders verdient haben. Nutzt dazu unsere Kommentarfunktion bei Instagram oder Facebook und schreibt rein, warum ihr eure Wahl so getroffen habt. Innerhalb eines Basiskuratoriums aus Wir sind viele Mitglieder wird dann der erste Gewinner des SPD-Basispreises ermittelt. Also, wir nehmen euch mit von Anfang an bis hin zur Verleihung. Seid dabei und lasst uns basisnahe Politiker wertschätzen. Mit diesem Preis wollen wir Abgeordnete, die behilflich oder unterstützend bei Anliegen der SPD-Basis sind, wertschätzen. Die engagierten Genossinnen und Genossen freuen sich immer, wenn sie bezüglich ihrer Anliegen eine Rückmeldung oder einen Rückmeldung erhalten. Ich wünsche mir von meinen Bundestagsabgeordneten, dass sie bemüht sind. Also die Menschen, die hoffentlich immer für uns erreichbar sind, wenn wir sie brauchen. Bald startet unsere Abstimmung und vielleicht bist du ja die Gewinnerin oder der Gewinner unseres Wir sind viele Basiskurises.